ja nun herzlich willkommen auf meinem youtube kanal mission millionär heute soll es mal um die visa mastercard etc ja die fundamentalen sozusagen no brainer aktien meiner meinung nach mega trend aktien könnte man auch so nennen um dieses thema soll es heute mal gehen und zwar haben wir sehen wir hier schon folgenden graf und er sagt jetzt eigentlich relativ wenig aus das heißt ich würde mal vorschlagen weil es ja nur ein monat ist wir gehen jetzt hier mal auf drei jahre und bei ihm schon bei mir drei jahres chart sieht man ja eine deutliche toll ganz deutlichen trend hier diesen typ der war tatsächlich im besagten dezember also diese diese 20 prozentige korrektur und hier sieht man schon im tiefstand 121 und im november auf 145 und das sind ja in etwa sagen 15 prozent korrektur das heißt solche aktien selbst wenn der gesamtmarkt im schnitt zwei mal 20 prozent fällt dann fallen solche aktien meistens etwas weniger sogar weil sie eben so extrem stabil sind ja mit burggraben mit allen drum und dran einfach no brainers und ich möchte jetzt nur noch mal kurz auf fünf jahre zurückgehen und da sieht man einfach auch ganz deutlich hier der trend ab 2017 in richtung bargeldloses zahlen davon profitiert natürlich die visacard auch massivst und hierzu habe ich hier auch gleichzeitig ein artikel von was heißt artikel also ein artikel von der statista.com also dort immer einfach ganz ja gratis und kostenlos jeder mensch jeder bürger sich da seine statistiken ziehen kann noch hier sehen wir seit 2012 stetigen anzieh anstieg in der nutzung von kreditkarten wie soll es auch anders sein ja und hier haben wir die visacard ist es hier in dem fall das schwarze ich will jetzt nicht dass das ist na gut dann kommt es halt immer auf also jedes schwarze man sieht und man kann also deutlich sehen dass die visacard im vergleich zu einigen anderen jährlich kontinuierlich an marktanteil gewonnen hat ja und und dann dementsprechend dann nutzungsgraden das hat natürlich verschiedene gründe konditionen zugänglichkeit ja in wie vielen abgeschiedenen ländern ja funktioniert das ding dann auch tatsächlich wer kennt das nicht ja er ist irgendwo in buch du im urlaub und plötzlich geht das ding nicht mehr oder was ja die visa ist halt extremst international deswegen habe ich ursprünglich mich damals vor gut 25 jahren oder sowas ich weiß es gar nicht mehr wann das war aber weil eben damals extremst viel herumgezogen bin als backpacker und so weiter also eine visacard musste immer dabei sein und deswegen habe ich auch bis heute eine leichten leichten tendenz wahrscheinlich unterbewusst eine präferenz auf visa bezüglich im gegensatz zu master obwohl sie sich eigentlich gegenseitig nichts tun ja american express ist ein bisschen sonderfall weil es eben kein bei ihm auch noch andere geschäftszweige haben ja also visa und master sind einfach rein nur der kreditkartenservice ist ja und der buckley card jeder kennt die buckley bank ist ja klar dass die buckley wenn es der buckley bank geht jetzt der buckley card auch schlecht na also wenn falls mal wieder krise sein sollte in den banken oder sowas also von daher ist meiner meinung nach war visa und master das einzig wahre wenn ich mal kurz mein eigenes portfolio rüber schau dass ich jetzt natürlich hier nicht einblenden werde weil es einfach zu viele details da drin sind die ich preisgeben möchte aber da sehe ich halt aktuell in meinem neuesten depot dass ich jetzt auch vermehrt für meine videos verwenden werde so als showcase aber diese uralten geschichten die ja einfach nicht mehr repräsentativ sind also das habe ich ungefähr vor zwei jahren aufgesetzt ist die pro hier also aus dem will ich sozusagen eine millionen euro machen und aber ich werde dazu auch noch mehr videos machen und auch detailliertere videos und mit mit charts mit mit diesem performance tool was viele nutzen ja das werde ich auch installieren alles aber das werde ich alles machen so in der weihnachtszeit herum und dann wird mein ziel sein eben daraus eine millionen zu machen bis zum jahr 2025 also innerhalb von sieben jahren und all together und ich kann euch verraten ich bin mittlerweile zumindest schon mal sechsstellig so knapp und es wird auf jeden fall eine spannende geschichte ja hier da bin ich jetzt was ich eigentlich sagen wollte visa 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 16,73 prozent im plus und also da habe ich quasi der 1 der einkaufspreis dort ist 101 157 dollar und momentan sind wir bei 180 dollar bei visa und es ist wirklich eine der aktien wo ich sagen muss egal was passiert ja wirklich egal was passiert also ich könnte mit dieser aktie immer gut schlafen das ist meine persönliche mein persönliches mindset zu dieser zu dieser art von aktie weil tja selbst ich weiß nicht es ist einfach der trend ja von bargeldlosen zahlen ja ist einfach so was wie wie der trend zur elektromobilität ja ob man es mag oder nicht er ist unaufhaltsam ja unaufhaltbar und das ist einfach eine grundregel auch an der börse dass man sich nicht nicht persönliche präferenzen sich in den weg stellen lässt bei der bei der entscheidung des investments also was man mag und nicht mag wenn man natürlich eine aktie gefunden hat die man auch besonders gerne mag ist es umso besser denn dann hält man auch auch durch strecken wenn es mal ein bisschen runter geht besser durch aber andersrum nur eine aktie zu kaufen nur weil man sie mag ist natürlich grundverkehrt also es muss sich fundamental stimmen technisch und und alle anderen faktoren müssen erst mal stimmen und dann also quasi statistiken und so weiter liegt die aktien markt trend und so weiter und wenn das alles stimmt und man dann auch noch die aktie oder was es produziert die firma produziert dienstleistungen ist also wenn man sich damit auch noch identifizieren kann ist es umso besser also ja das soll es erst mal soweit gewesen sein was wollte ich jetzt noch eigentlich sagen zum thema ja visa egal mach beim nächsten video soll es gewesen sein für dieses video auf jeden fall haltet da ein auge drauf auch wenn es sozusagen jetzt mal wieder korrektürchen kommen sollten irgendwann ja da bin ich wie so ein wie so ein hawk also wie so ein adler sobald das ein bisschen rücksetzer gibt bei so einer aktie her bin ich sofort scheiße vor dass ich irgendwo cash zusammen kratzer ja und da wieder nachkaufen also das ist einfach richtig richtig geil also bis zum nächsten mal euer thomas klein und ciao kratzer 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 Vielen Dank.